Die Basketball-Grundschull-Ligen Baden-Württemberg ist ein Projekt vom Basketballverband Baden-Württemberg und unseren Vereinen im Verband. Die Vereine organisieren die Spieltage mit den Schulen, mit denen sie kooperieren, spielen dann dort an vier bis sechs Wochenenden ab Januar im Normalfall eine kleine Liga aus und führen dann am Ende dieser Turnierserie dann auch den Sieger auf der kommunalen Ebene. Was auch sehr wichtig ist bei uns, dass die Kids selber den Kampf erstellen können. Dann können sie selber die Punkte aufnehmen und die Zeitrohr aufnehmen und sie machen es mittlerweile super gut. Es gibt nicht in jeder Schule ein Sportangebot zum Beispiel und die Schule, die wir ausgewählt haben, merken wir, dass wenn wir ein Sportangebot da haben und wenn die Schulleitung sehr engagiert ist, dass die Kinder eine gute Nachmittagsbettbringung haben können und kommen zum Basketball, statt einfach auf dem Bausenhof rumzustehen. Und Basketball, das ist immer ganz besonders toll, eignet sich immer als toller Aufhänger, um Werte zu vermitteln wie Respekt, Teamgeist, Teamplay. Basketball ist ein absoluter Multi-Kulti-Sport. 코 BEurope けihe ! ?.. B B Bis zum nächsten Mal.